90 Sekunden Eintracht TV. Meine Fragen an. Ich bin bereit. Eine neue Folge der 90 Sekunden Challenge. Heute zu Gast, Philipp Max. Rude erstmal, Philipp. Gute. Bereit? Ich bin bereit. Die Spielregeln sind klar? Mhm. Okay, dann 90 Sekunden hast du Zeit. Wir starten in 3, 2, 1. Welche Position hättest du gerne gespielt, wärst du kein Verteidiger? Stürmer. Wie beschreibst du dich charakterlich? Gelassen. Mit welchen Spielern von der SGE verstehst du dich am besten? Mario Götz. Was war dein erster Eindruck von Eintracht Frankfurt? Mich hat es umgehauen. Welchen Fußballer hast du als Kind aufgesehen? Hattest du ein Idol? Martin Max. Dein Lieblingsfußballklub in der Kindheit? Schalke 04. Findest du deine FIFA-Karte gut bewertet? Nein. Was ist dein Lieblingsgericht? Das Kind des Rudelbeets. Kögelwurst mit Pommes. Und was ist das unterbewerteste Obst? Boah. Äh, äh. Granada. Wann traubt man, um ein guter Fußballer zu werden? Hunger. Der Film mit... Der Film, bei dem emotionalen Würst. Das ist ein bisschen Dürfe. Äh, 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 oha, shit. Ähm, ähm, wie heißt der? Shit. Hachinko. Freistoßtor oder Volleytor? Ja. Freistoßtor. Lieber Verteidiger oder Schienenspieler? Schienenspieler. Willst du bei der Heim-EM Teil der Nationalmannschaft? Absolut. Wenn du ein Tier wärst, welches wärst du dann? Wolf. Wenn du Stress hättest, wer aus der Mannschaft würde dir direkt zur Hilfe allen? Timothy Chandler. Was wärst du geworden, wenn nicht Fußballer? Tierarzt. Philipp, was glaubst du denn, wie viele Fragen hast du richtig beantwortet? Oder beantwortet? Äh, richtig hoffe ich alle. Ähm, allgemein, ja, was hab ich 24 gesagt? Ich sag 21. Fast. 17. 17? 17. Boah. Also du bist im Ranking, Frau Rüdenkopf? Nur viel mehr. Mhm. Okay, krass. Ich glaube, Hachikor hat dich ein bisschen aus. Hachikor hat mich rausgebracht, ja. Hach rausgebracht, okay, gut. Aber Philipp, vielen Dank. Das war's schon. Ja, gut. Also gut gemacht. Gerne. Du bist Frau Robin Koch. Ja, gut. Danke.